Während der Beziehung von Stefan Mross, 47, und Stefanie Hertel, 43, entstand ihre Tochter Johanna Mross, 21. Wie ihre berühmten Eltern widmete sie sich lange Zeit der Musik. Doch damit könnte nun Schluss ein. Punkt Johanna Mross, Familienband ohne Papa Stefan Mross. Das Ehe aus von Stefan Mross und Anna Karina Wojciak ist immer noch in aller Munde. Die Fans können es nicht glauben, dass das Schlagertraumpaar nun getrennte Wege geht. Für den immer wieder Sonntags-Moderator reißen mit dem Liebes aus alte Wunden auf, denn 2012 ging schon seine Ehe mit Stefanie Hertel den Bach runter. Trotz der Trennung verbindet die beiden Schlagermusiker aber nicht nur eine Freundschaft, sondern auch ihre gemeinsame Tochter Johanna Mross. Diese hat sich die letzten Jahre ihre Eltern als Beispiel genommen und widmete sich ihrer Musikkarriere. Gemeinsam mit Mama Stefanie und Stiefvater Lani Lana bildet sie das musikalische Trio Mordenwurz und ist viel durch das Land gereist. Ihr berufliches Ziel schien klar, bis jetzt, denn die 21-Jährige macht eine Ausbildung in einem Bereich, welcher nicht weiter von ab von der Musik sein könnte. Punkt Stefan Mross, wählt seine Tochter ein Leben abseits des Rampenlichts? Bisher zog sich die Leidenschaft Musik durch die Mross-Familie. Bei Johanna Mross wird diese Leidenschaft vermutlich auch ewig bleiben, dennoch war es ihr ein Anliegen, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Ihre Mutter Stefanie Hertel erzählte in der MDR-Tog-Show-Reverbot, dass ihrer und Stefan Mross-Tochter eine Karriere abseits des Showgeschäfts anstrebt. Die 21-Jährige ist nämlich dabei, eine Ausbildung zur Konditurin zu machen. Wie stolz sie auf den Werdegang und die Fähigkeiten ihrer Tochter ist, verriet Hertel im Tog. Sie ist schon im zweiten Lehrjahr und macht supertolle Torten. Ob sich Johanna irgendwann dann nur noch ihrer Leidenschaft fürs Backen widmet und die Bühne hinter sich lässt? Das bleibt wohl abzuwarten. Punkt wusstest du, dass Stefan Mross eine Tochter hat? Stefan Mross hat in seinem Leben gewiss nicht alles richtig gemacht. Doch Tochter Johanna Mross ist sein ganzer Stolz. Die will aber nichts mehr von ihrem Vater wissen. Vor rund drei Jahren trat Stefan Mross noch Seite an Seite mit seiner Tochter in seiner Show immer wieder sonntags auf. Tränen der Rührung vergoss er damals. Doch diese innigen Familienmomente gehören der Vergangenheit an. Für Johanna ist er kein Thema mehr. Sie geht ihren eigenen Weg. Johanna Mross schreibt Papa Stefan Mross ab. Wenn es die eigene Tochter ist, ist man natürlich umso stolzer, dann sollte man das auch fördern, schwärmte Stefan Mross laut das neue Blatt einst von Johannas musikalischem Talent. So sehr hatte sich der Künstler offenbar gewünscht, dass die 21-Jährige in seine Fußstapfen tritt. Aber Fehlanzeige. Johanna macht eine Ausbildung als Konditon und Gitterin total auf. Die Musik scheint eher ein Hobby für sie zu sein. Aber auch das übt sie lieber mit Mama Stefanie Hertel und Stiefvater Lanny aus. Die drei haben die Countryband Mross gegründet und singen gemeinsam. Für Stefan muss sich das alles wie ein Stich ins Herz anfühlen. Immerhin könnte er ihr so viele Ratschläge geben, was die Branche angeht, und sie unterstützen. Aber für seine Tochter scheint der Entertainer längst keine Rolle mehr zu spielen. In Interviews verliert die junge Frau kein Wort über ihn, schwärmt stattdessen lieber von Stiefvater Lanny. Autsch Ausrufezeichenpunkt Nicht nur Stefan Mross ist in seiner Familie mit seiner Musik erfolgreich, auch seine 21-jährige Tochter Johanna Mross tritt bereits mutig in seine Fußstapfen. Mit Stefans Ex Stefanie Hertel ist die Tochter der beiden Teil der Familienband Mordenwörz. Stefanies neuer Mann Lanny Lanner macht das Trio komplett. Doch anstatt in Papa Stefan Mross TV-Show immer wieder sonntags aufzutreten, schlägt sich Johanna nun auf die Seite der Konkurrenz. Schlaufe 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 Schlaufe